Bayerischer Wald Der Bayerische Wald ist ein Mittelgebirge im Südosten Deutschlands, das sich entlang der Grenze zu Tschechien erstreckt. Er ist Teil des größeren Böhmischen Waldes und bildet mit ihm das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas. Der Bayerische Wald ist bekannt für seine natürliche Schönheit, seine reiche Kultur und seine vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Der Bayerische Wald bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit Bergen, Tälern, Flüssen und Seen. Die höchste Erhebung ist der große Arba mit 1456 Metern, der auch als König des Bayerischen Waldes bezeichnet wird. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste Nationalpark Deutschlands und schützt einen großen Teil des ursprünglichen Waldes, in dem viele seltene Tier- und Pflanzenarten leben. Zu den bekanntesten Bewohnern gehören der Luchs, der Bär, der Wolf und der Auerhahn. Der Bayerische Wald hat auch eine lange Geschichte und eine reiche Kultur. Die Region war schon in der Steinzeit besiedelt und wurde später von Kelten, Römern, Bayern und Slaven geprägt. Im Mittelalter war der Bayerische Wald ein Zentrum des Glasbläsens und des Bergbaus. Heute kann man noch viele Spuren dieser Vergangenheit in den Museen, Schlössern, Kirchen und Klöstern der Region entdecken. Die Menschen im Bayerischen Wald pflegen auch ihre Traditionen, wie die Tracht, die Volksmusik, das Schnitzen und das Brauchtum. Der Bayerische Wald ist ein ideales Reiseziel für alle, die Natur, Kultur und Erholung suchen. Man kann hier wandern, Radfahren, Skifahren, Reiten oder einfach die Ruhe genießen. Es gibt auch viele attraktive Städte und Dörfer zu besuchen, wie Passau, Regensburg, Deggendorf oder Bodenmais. Der Bayerische Wald ist eine Region mit viel Charme und Charakter, die jeden Besucher verzaubert. Allgäu Das Allgäu ist eine Region im Süden Deutschlands, die sich über Teile von Bayern und Baden-Württemberg erstreckt. Es ist bekannt für seine malerische Landschaft aus Bergen, Seen, Wiesen und Wäldern, die zu vielen Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Skifahren und Klettern einlädt. Das Allgäu hat auch eine reiche kulturelle und historische Vielfalt, die sich in seinen Schlössern, Kirchen, Museen und Traditionen widerspiegelt. Einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten sind das Schloss Neuschwanstein, das Kloster Ottobeuren und die Basilika St. Lorenz in Kempten. Das Allgäu ist außerdem eine Region mit hoher Lebensqualität, die sich durch regionale Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und eine starke Gemeinschaft auszeichnet. Das Allgäu ist somit ein ideales Reiseziel für alle, die Natur, Kultur und Erholung suchen. Chiemgau Der Chiemgau ist eine Region im Südosten Bayerns, die vor allem für ihre landschaftliche Schönheit und kulturelle Vielfalt bekannt ist. Der Chiemgau umfasst das Gebiet rund um den Chiemsee, den größten See Bayerns, sowie Teile der Alpen und des Voralpenlandes. Der Chiemgau bietet zahlreiche Möglichkeiten für Erholung, Sport und Kultur. Ob Wandern, Radfahren, Segeln, Skifahren oder Golfen, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Auch kulturell hat der Chiemgau einiges zu bieten. Von historischen Kirchen und Schlössern über traditionsreiche Feste und Märkte bis hin zu moderner Kunst und Musik gibt es viel zu entdecken. Der Chiemgau ist eine Region mit Geschichte und Zukunft, die ihre Besucher mit ihrer Gastfreundschaft und ihrem Charme verzaubert. Bodensee Der Bodensee ist ein großer See im Süden Deutschlands, der von den Alpen gespeist wird und die Grenze zu Österreich und der Schweiz bildet. Er ist bekannt für seine malerische Landschaft, seine reiche Kultur und seine vielfältige Tierwelt. Der Bodensee ist der drittgrößte See Mitteleuropas und hat eine Fläche von etwa 536 Kilometer zweit. Er besteht aus zwei Teilen, dem Obersee und dem Untersee, die durch den Serhain verbunden sind. Der Bodensee ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die historischen Städte, die mittelalterlichen Burgen, die barocken Kirchen und die schönen Gärten am Ufer besuchen können. Der See bietet auch viele Möglichkeiten für Wassersport, Wandern, Radfahren und Naturbeobachtung. Der Bodensee ist außerdem ein wichtiger Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, darunter seltene Fischarten, Vögel und Insekten. Der See ist Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Schwäbische Alb und wird durch verschiedene Schutzmaßnahmen erhalten. Der Bodensee ist ein See mit einer langen Geschichte und einer faszinierenden Gegenwart, der sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Traditionen in Bayern Bayern ist ein Bundesland mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich in vielen Bräuchen und Traditionen ausdrückt. Einige davon sind weltbekannt, wie das Oktoberfest oder die Lederhose, andere sind nur regional verbreitet, wie das Hornschlittenrennen oder die Ritterspiele in Kaltenberg. In diesem Artikel wollen wir einen Überblick über einige der schönsten und interessantesten Traditionen in Bayern geben. Das Schützenwesen Eine der ältesten Traditionen in Bayern ist das Schützenwesen, das seinen Ursprung im Mittelalter hat. Damals wurden Bürger und Bauern zu Wehrmannschaften aufgestellt, um das Land vor feindlichen Einfällen zu schützen. Die Schützenvereine pflegen bis heute die Verteidigung der Heimat und der bayerischen Volkskultur. Sie tragen die typische Gebirgstracht mit Lederhose, Gamsbart und Hut für die Männer und Mieder, Rock und Schürze für die Frauen. Die Schützen sind auch eng mit dem katholischen Glauben verbunden und verehren die Mutter Gottes als ihre Patronin. Ein Höhepunkt des Schützenwesens ist das Schützenfest, bei dem ein Gottesdienst, ein Umzug und ein Wettschießen stattfinden. Die Faschingszeit Die Faschingszeit ist die fünfte Jahreszeit in Bayern, die von Ende November bis Aschermittwoch dauert. In dieser Zeit wird ausgelassen gefeiert, verkleidet und geschunkelt. Die Faschingsbräuche sind je nach Region unterschiedlich, aber einige sind weit verbreitet wie das Faschingskrapfenessen, das Weiberfasching oder der Faschingsumzug. Besonders bekannt sind der Münchner Fasching mit dem Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt oder der Nürnberger Fasching mit dem Prinzenpaar und dem Narrenschiff. Die Starkbierzeit Die Starkbierzeit ist eine besondere bayerische Tradition, die im März stattfindet. Sie geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als die Paulanermönche ein besonders starkes Bier brauten, um die Fastenzeit zu überstehen. Das Bier wurde Salvatore genannt und hatte einen Alkoholgehalt von bis zu 8 Prozent. Heute wird das Starkbier in vielen Brauereien und Gaststätten ausgeschenkt und mit Musik, Kabarett und Politiker derblecken gefeiert. Der Palmsonntag Der Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern und erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. In Bayern wird dieser Tag mit einem besonderen Brauch begangen, dem Palmbuschen binden. Dabei werden Zweige von Weidenkätzchen, Buchsbaum oder anderen Pflanzen zu einem Buschen gebunden und mit bunten Bändern geschmückt. Die Palmbuschen werden dann am Palmsonntag in der Kirche geweiht und sollen Glück und Segen bringen. Das Maibaumaufstellen Das Maibaumaufstellen ist ein alter Frühlingsbrauch, der am 1. Mai oder am Vorabend stattfindet. Dabei wird ein hoher Baumstamm geschält, bemalt und mit Kränzen und Schildern verziert. Der Maibaum wird dann mit Muskelkraft oder einem Kran aufgestellt und bewacht, denn es gilt als große Schmach, wenn er von einem anderen Dorf oder Verein gestohlen wird. Der Maibaum symbolisiert die Lebensfreude und den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Das Oktoberfest Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt und findet jedes Jahr von Ende September bis Anfang Oktober in München statt. Es geht auf das Jahr 1810 zurück, als anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese ein großes Pferderennen veranstaltet wurde. Heute lockt das Oktoberfest Millionen von Besuchern aus aller Welt an, die in den Festzelten Bier, Brezen und Händel genießen und zu Blasmusik tanzen. Das Oktoberfest ist auch ein Schaufenster der bayerischen Tracht, die von vielen Gästen getragen wird. Das sind nur einige Beispiele für die Traditionen in Bayern, die das ganze Jahr über für Abwechslung und Freude sorgen. Sie zeigen, wie die Bayern ihre Geschichte, ihre Natur und ihre Kultur pflegen und feiern. Ausflüge in Bayern Bayern ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen, die Natur, Kultur und Geschichte erleben möchten. Das Bundesland bietet eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Budget. Ob man die Berge erklimmen, die Seen erkunden oder die Schlösser bewundern möchte, in Bayern findet man immer etwas Interessantes und Schönes. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Ausflüge in Bayern vor, die man unbedingt machen sollte. Neuschwanstein, das berühmteste Schloss Deutschlands, ist ein Märchentraum aus dem 19. Jahrhundert, das von König Ludwig II. erbaut wurde. Es liegt malerisch auf einem Felsen über dem Dorf Hohenschwengau und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Alpen. Eine Führung durch das Schloss zeigt die prächtigen Räume und die fantasievollen Details, die von der Oper inspiriert sind. Ein Spaziergang zur Marienbrücke lohnt sich ebenfalls, um das Schloss aus einer anderen Perspektive zu sehen. Zugspitze Die Zugspitze ist mit 2.962 Metern der höchste Berg Deutschlands und ein beliebtes Ziel für Wanderer und Skifahrer. Man kann mit der Seilbahn oder der Zahnradbahn auf den Gipfel fahren und dort die Aussicht auf vier Länder genießen. Es gibt auch ein Museum, ein Restaurant und eine Kapelle auf dem Gipfel. Wer mehr Abenteuer sucht, kann eine Gletscherwanderung machen oder den Klettersteig ausprobieren. München, die Landeshauptstadt Bayerns, ist eine lebendige und kulturelle Stadt, die für jeden etwas zu bieten hat. Man kann die historischen Sehenswürdigkeiten wie den Marienplatz, die Frauenkirche oder das Rathaus besichtigen oder sich in einem der vielen Museen wie dem Deutschen Museum, der Pinakothek oder dem BMW-Museum bilden. Für Bierliebhaber ist ein Besuch im Hofbräuhaus oder auf dem Oktoberfest ein Muss. Und für Familien gibt es den Englischen Garten, den Tierpark Hellerbrunn oder das Olympiagelände zu entdecken. Wanderungen in Bayern Bayern ist ein Paradies für Wanderer, die die vielfältige Landschaft und Kultur dieses Bundeslandes erkunden wollen. Ob im Alpenvorland, im Bayerischen Wald, im Frankenland oder im Allgäu, es gibt unzählige Wanderwege für jeden Geschmack und Schwierigkeitsgrad. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der schönsten Wanderungen in Bayern vor, die Sie zu jeder Jahreszeit genießen können. Der König-Ludwig-Weg Dieser 120 Kilometer lange Fernbanderweg führt von Berg am Starnberger See nach Füssen und folgt den Spuren des Märchenkönigs Ludwig II. Sie wandern durch malerische Orte, Schlösser, Seen und Berge und erleben die Geschichte und Romantik Bayerns hautnah. Der Goldsteig, dieser 660 Kilometer lange Qualitätswanderweg, ist einer der längsten und abwechslungsreichsten in Deutschland. Er verläuft von Mark Tretwitz im Norden bis Passau im Süden und bietet zwei Varianten, eine durch den Oberpfelser Wald und eine durch den Bayerischen Wald. Sie können sich auf spektakuläre Ausblicke, urige Wälder, idyllische Flusstäler und historische Städte freuen. Der Altmühltal-Panoramaweg Dieser 200 Kilometer lange Wanderweg folgt dem Verlauf der Altmühl von Gunzenhausen bis Kellheim und bietet ihnen einzigartige Natur- und Kulturerlebnisse. Sie wandern durch die beeindruckende Felslandschaft des Naturparks Altmühltal, vorbei an Burgen, Schlössern, Klöstern und Museen und entdecken die Spuren der Römer, Kelten und Germanen. Der Maximiliansweg Dieser 360 Kilometer lange Höhenwanderweg ist eine Herausforderung für erfahrene Bergwanderer, die die Schönheit der Bayerischen Alpen erleben wollen. Er verläuft von Lindau am Bodensee nach Berchtesgaden und überquert dabei die Allgäuer, Lechtaler, Ammergauer, Wettersteiner und Karwendelgebirge. Sie können sich auf atemberaubende Panoramen, alpine Flora und Fauna, gemütliche Hütten und kulturelle Highlights freuen. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Wanderungen in Bayern, die Sie ausprobieren können. Egal ob Sie einen Tagesausflug oder eine mehrtägige Tour planen, Sie werden sicherlich eine Route finden, die Ihren Wünschen und Fähigkeiten entspricht. Packen Sie Ihren Rucksack und machen Sie sich auf den Weg. Radtouren in Bayern Bayern ist ein Paradies für Radfahrer, die die vielfältige Landschaft und Kultur des Freistaats entdecken wollen. Ob an Flüssen und Seen, durch Wälder und Wiesen, über Hügel und Berge oder entlang von Burgen und Schlössern, hier findet jeder die passende Route für seinen Geschmack und sein Können. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten Radtouren in Bayern vor, die sowohl für Genussradler als auch für ambitionierte Tourenfahrer geeignet sind. Radtouren im Altmühltal Das Altmühltal ist eine der beliebtesten Radregionen in Bayern, denn es bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit beeindruckenden Felsformationen, Weinbergen, Wäldern und weiten Wiesen. Der Altmühltal-Radweg führt auf rund 250 Kilometern von Rotenburg ob der Tauber bis nach Kellheim an der Donau und ist meist flach oder leicht bergab. Unterwegs kann man historische Städte wie Weißenburg, Eichstätt oder Bayengries besichtigen oder eine Pause an einem der vielen Badeseen einlegen. Radtouren im Fünfseenland Das Fünfseenland im Süden von München ist eine idyllische Region mit malerischen Seen, sanften Hügeln und herrlichen Ausblicken auf die Alpen. Der Fünfseenradweg verbindet die fünf größten Seen – Starnberger See, Ammersee, Wörthsee, Pilsensee und Wesslinger See – auf einer Länge von etwa 120 Kilometern. Die Tour ist relativ einfach zu fahren und bietet viele Möglichkeiten zum Baden, Rasten oder Einkehren. Wer mehr Herausforderungen sucht, kann auch die hügelige Umgebung erkunden oder einen Abstecher zum Kloster Andechs machen. Rund um die Landeshauptstadt Münchner Seenrunde Wer die Landeshauptstadt München mit dem Fahrrad erkunden will, kann sich auf die Münchner Seenrunde begeben, die auf rund 200 Kilometern um die Stadt herumführt. Die Tour ist abwechslungsreich und führt durch verschiedene Landschaftsräume wie das Isertal, das Dachauer Moos, das Erdinger Moos oder das Ebersberger Forst. Unterwegs gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken, wie das Schloss Nymphenburg, das Kloster Schäftlahn oder das Schloss Dachau. Außerdem kommt man an mehreren Badeseen vorbei, wie dem Feldmochinger See, dem Heimstättener See oder dem Steinsee. Radfahren im Bayerischen Jura Der Bayerische Jura ist eine faszinierende Region mit einer einzigartigen Geologie und einer reichen Geschichte. Der Fünfflüsse-Radweg führt auf rund 300 Kilometern durch das Herz des Jura-Gebirges und folgt den Flüssen Nabwilz, Pegnitz, Altmühl und Donau. Die Tour ist anspruchsvoll und erfordert eine gute Kondition und ein geländetaugliches Fahrrad. Dafür wird man mit spektakulären Ausblicken auf bizarre Felsformationen, tiefe Täler und grüne Wälder belohnt. Außerdem kann man zahlreiche kulturelle Highlights bewundern, wie die mittelalterliche Stadt Regensburg, die Burg Brunn oder das Kloster Weltenburg. Den Bodensee-Königssee-Radweg entlang Der Bodensee-Königssee-Radweg ist eine der schönsten Fernradtouren in Deutschland und verbindet zwei der bekanntesten Seen des Landes. Die Tour ist rund 420 Kilometer lang und führt von Lindau am Bodensee bis nach Berchtesgaden am Königssee. Dabei durchquert man die abwechslungsreichen Landschaften des Allgäus, des Pfaffenwinkels, des Chiemgaus und des Berchtesgadener Landes. Die Tour ist sportlich und bietet einige Steigungen, aber auch traumhafte Ausblicke auf die Alpen, malerische Dörfer, barocke Kirchen und prächtige Schlösser. Radfahren entlang der Romantischen Straße Die Romantische Straße ist eine der bekanntesten Ferienstraßen Deutschlands und führt von Würzburg bis nach Füssen durch das Herz Bayerns. Der Radweg folgt der Straße auf rund 460 Kilometern und bietet eine Reise durch die Geschichte und Kultur des Landes. Die Tour ist mittelschwer und erfordert einige Höhenmeter, aber auch viel Genuss. Unterwegs kann man die Schönheit der Natur bewundern, wie die Weinberge Frankens, die Flusstäler der Tauber und der Lech oder die Alpenkulisse des Allgäus. Außerdem kann man einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands besuchen, wie die Residenz Würzburg, das mittelalterliche Rotenburg ob der Tauber oder das Märchenschloss Neuschwanstein. Unterkunft in Bayern Bayern ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Ob Sie die Berge, die Seen, die Städte oder die Kultur erleben möchten, hier finden Sie für jeden Geschmack etwas. Doch wo können Sie übernachten, wenn Sie nach Bayern reisen? In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Möglichkeiten vor, wie Sie eine passende Unterkunft in Bayern finden können. Eine der häufigsten Optionen ist ein Hotel. Hotels gibt es in allen Preisklassen und Komfortstufen, von einfachen Pensionen bis zu luxuriösen Resorts. Hotels bieten Ihnen oft einen guten Service, ein reichhaltiges Frühstück und manchmal auch Wellness- oder Freizeitangebote. Wenn Sie ein Hotel buchen möchten, können Sie verschiedene Online-Plattformen nutzen, wie zum Beispiel Booking.com oder Bing Travel. Dort können Sie nach Hotels in Ihrer gewünschten Region suchen, die Verfügbarkeit prüfen, Preise vergleichen und Bewertungen lesen. Eine andere Möglichkeit ist eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Diese eignen sich besonders für Familien, Gruppen oder Selbstversorger, die mehr Platz und Privatsphäre wünschen. Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind oft individuell eingerichtet und verfügen über eine Küche, ein Wohnzimmer und mehrere Schlafzimmer. Sie können eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus direkt von einem privaten Vermieter mieten oder über eine Vermittlungsagentur wie traum-ferienwohnungen.de oder fevo-direkt.de Eine weitere Option ist ein Campingplatz. Campingplätze sind ideal für Naturliebhaber, Abenteurer oder Sparfüchse, die mit dem Zelt, dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil anreisen. Campingplätze bieten Ihnen oft eine schöne Lage, eine einfache Ausstattung und eine gesellige Atmosphäre. Sie können einen Campingplatz entweder im Voraus reservieren oder spontan anfahren. Eine gute Übersicht über Campingplätze in Bayern finden Sie auf camping.info oder adag-camping.de. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, eine Unterkunft in Bayern zu finden. Je nach Ihrem Budget, Ihrem Komfortbedürfnis und Ihrem Reiseziel, können Sie sich für eine passende Option entscheiden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Urlaub in Bayern. Öffentliche Verkehrsmittel in Bayern Bayern ist ein Bundesland mit einer großen Fläche und einer hohen Bevölkerungsdichte. Um die Mobilität der Menschen zu gewährleisten, gibt es ein gut ausgebautes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln, das verschiedene Verkehrsträger umfasst. Dazu gehören Züge, Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Diese Verkehrsmittel bieten eine schnelle, bequeme und umweltfreundliche Alternative zum Auto. Die Züge in Bayern werden von der Deutschen Bahn und verschiedenen regionalen Anbietern betrieben. Sie verbinden die großen Städte wie München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg mit den ländlichen Gebieten und den Nachbarländern. Die Züge sind modern, komfortabel und pünktlich. Sie bieten verschiedene Tarife und Rabatte für verschiedene Kundengruppen an. Die Busse in Bayern ergänzen das Schienennetz und bedienen vor allem die kleineren Orte und die touristischen Ziele. Sie sind ebenfalls modern, komfortabel und pünktlich. Sie bieten verschiedene Tarife und Rabatte für verschiedene Kundengruppen an. Die Straßenbahnen in Bayern sind vor allem in den größeren Städten wie München, Nürnberg und Augsburg zu finden. Sie sind eine praktische Möglichkeit, sich innerhalb der Stadt zu bewegen. Sie sind ebenfalls modern, komfortabel und pünktlich. Sie bieten verschiedene Tarife und Rabatte für verschiedene Kundengruppen an. Die U-Bahnen in Bayern sind nur in München vorhanden. Sie sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, sich innerhalb der Stadt zu bewegen. Sie sind ebenfalls modern, komfortabel und pünktlich. Sie bieten verschiedene Tarife und Rabatte für verschiedene Kundengruppen an. Die S-Bahnen in Bayern sind vor allem in München und Nürnberg vorhanden. Sie sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, sich zwischen der Stadt und dem Umland zu bewegen. Sie sind ebenfalls modern, komfortabel und pünktlich. Sie bieten verschiedene Tarife und Rabatte für verschiedene Kundengruppen an. Öffentliche Verkehrsmittel in Bayern sind also eine wichtige Säule der Mobilität im Freistaat. Sie ermöglichen es den Menschen, sich sicher, schnell und kostengünstig zu bewegen. Sie tragen auch zum Klimaschutz bei, indem sie den CO2-Ausstoß reduzieren. Klima in Bayern Das Klima in Bayern ist sehr vielfältig und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Bayern liegt im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima Westeuropas und dem kontinentalen Klima Osteuropas, was zu starken Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter führt. Außerdem spielt die Höhenlage eine wichtige Rolle, da die Temperaturen mit zunehmender Höhe abnehmen und die Niederschläge zunehmen. Um die klimatischen Unterschiede innerhalb Bayerns besser darzustellen, wurde das Bundesland in sieben Klimaregionen eingeteilt. Alpen, Alpenvorland, Südbayerisches Hügelland, Donauregion, Ostbayerisches Hügel- und Werkland, Mainregion und Spessartröhn. Die Alpenregion ist die kälteste und niederschlagsreichste Region Bayerns, da sie von den höchsten Bergen Deutschlands geprägt ist. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt hier bei nur 6 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei über 2000 Millimetern liegt. Die Schneedecke kann bis zu acht Monate lang anhalten, was ideale Bedingungen für Wintersport bietet. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm mild, aber auch wechselhaft und gewittrig. Das Alpenvorland ist eine hügelige Landschaft, die sich zwischen den Alpen und dem südbayerischen Hügelland erstreckt. Das Klima ist hier milder als in den Alpen, aber immer noch kühler als im Flachland. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 9 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 1500 Millimetern liegt. Die Bodenseeregion nimmt eine Sonderstellung ein, da sie von dem großen See ein mildes und feuchtes Mikroklima erhält. Das südbayerische Hügelland umfasst die Großstädte München und Augsburg sowie das Allgäu. Das Klima ist hier gemäßigt und kontinental geprägt, mit warmen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 10 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 1000 Millimetern liegt. Die Sonnenscheindauer ist hier höher als in den anderen Regionen Bayerns, was zu einem hohen Erholungswert beiträgt. Die Donauregion ist eine flache bis leicht hügelige Landschaft, die sich entlang des Flusses von Ulm bis Passau erstreckt. Das Klima ist hier kontinental und trocken, mit heißen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 11 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 800 Millimetern liegt. Die Sonnenscheindauer ist hier ähnlich wie im südbayerischen Hügelland. Die Mainregion ist eine weitere Flachlandregion, die sich entlang des Flusses von Bayreuth bis Aschaffenburg erstreckt. Das Klima ist hier gemäßigt und feucht, mit milden Sommern und kühlen Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 10 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 900 Millimetern liegt. Die Sonnenscheindauer ist hier geringer als in den anderen Regionen Bayerns. Die Spessart-Röhn-Region ist eine Mittelgebirgsregion im Nordwesten Bayerns, die sich durch bewaldete Hügel und Täler auszeichnet. Das Klima ist hier rau und nass, mit kühlen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 8 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 1200 Millimetern liegt. Die Schneedecke kann bis zu vier Monate lang anhalten, was zu einem hohen Erholungswert für Wintersportler führt. Das ostbayerische Hügel- und Bergland ist eine weitere Mittelgebirgsregion im Osten Bayerns, die sich von der Frankenalp über das Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald erstreckt. Das Klima ist hier ähnlich wie in der Spessart-Röhn-Region, aber etwas kälter und trockener. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 7 Grad Celsius, während die jährliche Niederschlagsmenge bei etwa 1000 Millimetern liegt. Die Schneedecke kann bis zu fünf Monate lang anhalten, was zu einem hohen Erholungswert für Wintersportler führt. Das Klima in Bayern ist also sehr abwechslungsreich und bietet für jeden Geschmack etwas. Ob man lieber die Sonne genießen, die Natur erkunden oder sich sportlich betätigen möchte, Bayern hat für jede Jahreszeit und jede Region etwas zu bieten. Gesundheit in Bayern Die Gesundheit der Bevölkerung in Bayern ist ein wichtiges Thema, das viele Aspekte umfasst. In diesem Artikel werden einige Fakten und Herausforderungen zur Gesundheitssituation in Bayern vorgestellt. Bayern ist das flächengrößte und zweitbevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Es hat eine hohe Lebenserwartung von 81,3 Jahren für Männer und 85,1 Jahren für Frauen, Stand 2019. Die häufigsten Todesursachen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs- und Atemwegserkrankungen. Die häufigsten chronischen Erkrankungen sind Bluthochdruck, Diabetes und Rückenschmerzen. Bayern verfügt über ein gut ausgebautes Gesundheitswesen mit rund 400 Krankenhäusern, 50.000 Ärzten und 120.000 Pflegekräften. Die Gesundheitsausgaben pro Kopf betrugen im Jahr 2019 rund 5.000 Euro, was etwa dem Bundesdurchschnitt entspricht. Die gesetzliche Krankenversicherung deckt etwa 90 Prozent der Bewölkerung ab, die restlichen 10 Prozent sind privat versichert. Zu den aktuellen Herausforderungen für die Gesundheit in Bayern gehören die Bewältigung der Corona-Pandemie, die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Versorgung, die Förderung der Prävention und Gesundheitsförderung, die Anpassung an den demografischen Wandel und die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Um diese Herausforderungen zu meistern, sind verschiedene Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gefragt, die gemeinsam innovative Lösungen entwickeln und umsetzen. Sicherheit in Bayern Sicherheit ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Bayern. Das Bundesland gilt als eines der sichersten in Deutschland und bietet seinen Bürgern und Unternehmen einen hohen Schutz- und Sicherheitsstandard. Doch wie wird diese Sicherheit gewährleistet und welche Herausforderungen gibt es für die Zukunft? In diesem Artikel werden einige Aspekte der Sicherheit in Bayern beleuchtet. Die Bayerische Polizei ist die wichtigste Institution für die innere Sicherheit in Bayern. Sie steht für Bürgernähe, Prävention und konsequentes Einschreiten bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Die Polizeibeamten sind gut ausgebildet, ausgestattet und motiviert, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Dabei arbeiten sie eng mit dem Verfassungsschutz zusammen, der Informationen über verfassungsfeindliche Aktivitäten beschafft und bewertet. Der Verfassungsschutz informiert nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Öffentlichkeit über Extremisten und ihre Ziele, um ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen. Neben der inneren Sicherheit spielt auch die Cybersicherheit eine wichtige Rolle für Bayern. Im digitalen Zeitalter müssen die persönlichen Daten der Bürger und der Unternehmen vor Missbrauch geschützt werden. Der Staat hat eine Schutzpflicht gegenüber den Menschen im Cyber-Aum, wo Spionage und Sabotage immer häufiger und professioneller werden. Deshalb fördert Bayern die Entwicklung von innovativen Lösungen für die Cybersicherheit und unterstützt die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden. Ein weiterer Aspekt der Sicherheit in Bayern ist die Verkehrssicherheit. Sichere Mobilität betrifft alle Verkehrsteilnehmer und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um die Zahl der Unfälle und ihrer Folgen zu reduzieren, setzt Bayern auf ein umfassendes Verkehrssicherheitsprogramm, das verschiedene Maßnahmen bündelt und auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet, Bayern Mobil sicher ans Ziel. Das Programm umfasst unter anderem die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer, die Förderung von alternativen Mobilitätsformen und die Anwendung moderner Technologien. Sicherheit in Bayern ist also ein vielfältiges Thema, das viele Bereiche des Lebens umfasst. Die Sicherheitsbehörden leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in Bayern, aber auch jeder einzelne Bürger kann dazu beitragen, indem er sich verantwortungsvoll verhält und sich informiert. Wichtigste Feste in Bayern Bayern ist ein Land mit vielen Traditionen und Festen, die das ganze Jahr über gefeiert werden. Einige Feste haben einen christlichen Ursprung, wie Weihnachten, Ostern oder St. Martin, andere sind regional geprägt und spiegeln die Geschichte und Kultur der verschiedenen Regionen wider. In diesem Artikel stellen wir einige der wichtigsten und beliebtesten Feste in Bayern vor. Das bekannteste Fest in Bayern ist zweifellos das Oktoberfest in München, das als das größte Volksfest der Welt gilt. Es wurde 1810 zum ersten Mal anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese von Sachsen veranstaltet und hat sich seitdem zu einem internationalen Spektakel mit Millionen von Besuchern entwickelt. Das Oktoberfest beginnt Mitte September und dauert bis Anfang Oktober. Die Besucher können sich in den zahlreichen Festzelten mit Bier, Brezen und Händel stärken oder sich an den Fahrgeschäften und Schaustellerbuden vergnügen. Ein Highlight ist der Trachtenumzug am ersten Sonntag, bei dem hunderte von Trachtengruppen aus ganz Bayern teilnehmen. Ein weiteres großes Volksfest in Bayern ist das Rosenheimer Herbstfest, das auf der Loreto-Wiese in Rosenheim stattfindet. Es entstand aus einer Landwirtschaftsausstellung im Jahr 1861 und zieht jedes Jahr über eine Million Besucher an. Das Rosenheimer Herbstfest beginnt am letzten Samstag im August und dauert 16 Tage. Den Auftakt bildet ein großer Trachtenzug durch die Innenstadt, gefolgt vom traditionellen Anzapfen des ersten Bierfasses. Die Besucher können sich in zwei großen Festhallen oder an verschiedenen Gastronomieständen verköstigen oder die zahlreichen Fahrgeschäfte ausprobieren. Ein Höhepunkt des Fests ist ein Feuerwerk am zweiten Donnerstag. Neben den Volksfesten gibt es in Bayern auch viele Feste, die mit dem Jahreskreislauf verbunden sind. So wird zum Beispiel im Frühling das Osterfest gefeiert, bei dem die Kinder nach Ostereiern suchen, die vom Osterhasen versteckt wurden. Oder im Winter das Weihnachtsfest, bei dem die Familien einen Christbaum schmücken und Geschenke austauschen. Ein besonderer Brauch in Bayern ist das Aufstellen von Krippenfiguren, die die Geburt Jesu darstellen. Die Krippen können sehr kunstvoll gestaltet sein und sind oft in Kirchen oder auf öffentlichen Plätzen zu bewundern. Ein weiteres typisches Fest in Bayern ist der Fasching, auch Fastnacht oder Karneval genannt. Er findet in der Zeit vor der Fastenzeit statt und ist eine Gelegenheit, sich zu verkleiden, zu schunkeln und zu lachen. In vielen Städten gibt es Faschingsumzüge mit bunten Wagen und kostümierten Gruppen, die oft aktuelle Themen aufs Korn nehmen. In manchen Regionen gibt es auch besondere Faschingstraditionen, wie zum Beispiel das Maschkehrerlaufen im Allgäu oder das Aperschnalzen im Berchtesgadener Land. Diese und viele andere Feste machen Bayern zu einem lebendigen und vielfältigen Land, in dem Tradition und Moderne sich verbinden. Die Feste sind nicht nur für die Einheimischen eine Möglichkeit, ihre Identität und Kultur zu pflegen, sondern auch für die Gäste eine Chance, Bayern von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Feiertage in Bayern Die Feiertage in Bayern sind ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Kultur und Tradition. Sie spiegeln die religiöse und historische Prägung des Freistaats wider und bieten den Menschen Gelegenheit zur Besinnung, zum Feiern und zum Erholen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die gesetzlichen Feiertage in Bayern und ihre Bedeutung. Die gesetzlichen Feiertage in Bayern sind im Feiertagsgesetz geregelt, das zuletzt im Jahr 1995 geändert wurde. Die Feiertage gelten für alle Arbeitnehmer, Schüler und Beamten in Bayern, unabhängig von ihrer Konfession oder Weltanschauung. An diesen Tagen sind alle öffentlichen Behörden, Schulen und Geschäfte geschlossen, es sei denn, sie haben eine Sondergenehmigung. Die Arbeitnehmer haben an diesen Tagen Anspruch auf bezahlte Freistellung von der Arbeit, es sei denn, sie arbeiten in einem Bereich, der von der Sonn- und Feiertagsruhe ausgenommen ist, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Rettungsdienste oder Gaststätten. Die Anzahl der gesetzlichen Feiertage in Bayern ist die höchste in Deutschland. Mit 13 gesetzlichen Feiertagen liegt Bayern an der Spitze im Bundesvergleich, gefolgt von Baden-Württemberg mit zwölf und dem Saarland mit elf Feiertagen. Die meisten anderen Bundesländer haben neun oder zehn gesetzliche Feiertage. Der Grund für die hohe Anzahl an Feiertagen in Bayern liegt vor allem in der katholischen Tradition des Landes, die sich in einigen kirchlichen Festen widerspiegelt, die nur in Bayern oder in einigen Teilen Bayerns begangen werden. Die gesetzlichen Feiertage in Bayern lassen sich grob in drei Kategorien einteilen, die bundeseinheitlichen Feiertage, die landesweiten Feiertage und die regionalen Feiertage. Die bundeseinheitlichen Feiertage sind diejenigen, die in allen Bundesländern Deutschlands gefeiert werden. Dazu gehören Neuer 1 Januar Der erste Tag des neuen Jahres wird als Beginn eines neuen Lebensabschnitts angesehen und mit guten Vorsätzen und Wünschen verbunden. Karfreitag Der Freitag vor Ostern ist der Tag, an dem Christen des Todes Jesu am Kreuz gedenken. Er gilt als Tag der Trauer und Buße. Ostermontag Der Montag nach Ostern ist der Tag, an dem Christen die Auferstehung Jesu von den Toten feiern. Er gilt als Tag der Freude und Hoffnung. Tag der Arbeit 1 Mai Der 1. Mai ist ein internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit. Er gilt als Tag der Solidarität und des Protests. Tag der Deutschen Einheit 3 Oktober Der 3. Oktober ist der Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989. Er gilt als Tag der Freiheit und des Friedens. Erster Weihnachtstag 25 Dezember der 25 Dezember ist der Tag, an dem Christen die Geburt Jesu Christi feiern. Er gilt als Tag der Liebe und des Schenkens. Zweiter Weihnachtstag 26 Dezember der 26 Dezember ist ein weiterer Weihnachtsfeiertag, an dem Christen an den Heiligen Stepanus erinnern, den ersten Märtyrer des Christentums. Er gilt als Tag der Nächstenliebe und des Teilens. Die landesweiten Feiertage sind diejenigen, die nur in Bayern oder in einigen anderen Bundesländern gefeiert werden. Dazu gehören Heilige Drei Könige 6 Januar Der 6. Januar ist der Tag, an dem Christen an die Weisen aus dem Morgenland erinnern, die dem Neugeborenen Jesus Geschenke brachten. Er gilt als Tag der Weisheit und des Segens. Christi Himmelfahrt, der 40 Tag nach Ostern ist der Tag, an dem Christen an die Auffahrt Jesu in den Himmel glauben. Er gilt als Tag der Erhöhung und des Lobpreises. Pfingstmontag der 50 Tag nach Ostern ist der Tag, an dem Christen an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu glauben. Er gilt als Tag der Begeisterung und des Zeugnisses. Fronleichnam der 60 Tag nach Ostern ist der Tag, an dem Katholiken an die leibliche Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie glauben. Er gilt als Tag der Verehrung und des Dankes. Alle Heiligen 1 November Der 1. November ist der Tag, an dem Katholiken alle Heiligen gedenken, die im Himmel sind. Er gilt als Tag der Ehrfurcht und des Gebets. Die regionalen Feiertage sind diejenigen, die nur in bestimmten Regionen oder Städten Bayerns gefeiert werden. Dazu gehören Augsburger Friedensfest 8 August Der 8. August ist der Jahrestag des Westfälischen Friedens im Jahr 1648, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Er gilt als Tag der Toleranz und des Dialogs. Maria Himmelfahrt 15 August der 15 August ist der Tag, an dem Katholiken an die Aufnahme Marias, der Mutter Jesu in den Himmel glauben. Er gilt als Tag der Verehrung und des Trostes. Die Feiertage in Bayern sind nicht nur Tage der Ruhe und Besinnung, sondern auch Tage der Kultur und Tradition. An vielen Feiertagen finden in Bayern besondere Bräuche und Feste statt, die das Brauchtum und das Lebensgefühl der Bayern widerspiegeln. Zum Beispiel An Neujahr gibt es in vielen Orten das Neujahrsschießen, bei dem Böllerschützen mit ihren Kanonen das neue Jahr begrüßen. An Heilige Drei Könige ziehen Sternsinger von Haus zu Haus und singen Lieder und segnen die Häuser mit Kreidezeichen. An Karfreitag gibt es in vielen Orten das Karfreitagsratschen, bei dem Kinder mit hölzernen Ratschen durch die Straßen ziehen und zum Gottesdienst rufen. An Ostern gibt es in vielen Orten das Osterfeuer, bei dem ein großes Holzfeuer entzündet wird, um den Winter zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. An Christi Himmelfahrt gibt es in vielen Orten die Flurprozessionen, bei denen Gläubige mit einem Kreuz und einer Monstranz durch die Felder ziehen und um Gottes Segen für die Ernte bitten. An Pfingsten gibt es in vielen Orten das Pfingstlüften, bei dem Kirchenglocken geläutet werden, um den Heiligen Geist anzurufen. An Fronleichnamen gibt es in vielen Orten die Fronleichnamsprozessionen, bei denen Gläubige mit einer Monstranz unter einem Baldach hin durch die Straßen ziehen und an geschmückten Altären Station machen. An Maria Himmelfahrt gibt es in vielen Orten das Kräuterweihe, bei dem Kräutersträuße gesegnet und verteilt werden, um vor Krankheiten zu schützen. An Allerheiligen gibt es in vielen Orten das Gräberbesuch, bei dem Angehörige die Gräber ihrer Verstorbenen schmücken und Kerzen anzünden. An Weihnachten gibt es in vielen Orten das Christkindlmarkt, bei dem Glühwein, Lebkuchen und andere Köstlichkeiten verkauft werden. Die Feiertage in Bayern sind also mehr als nur freie Tage im Kalender. Veranstaltungen in Bayern Bayern ist ein Bundesland mit einer reichen Kultur und Geschichte, das viele interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen bietet. Ob Musik, Theater, Kunst, Sport oder Brauchtum, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten und sehenswertesten Veranstaltungen in Bayern vor, die Sie nicht verpassen sollten. Das Oktoberfest Das weltberühmte Volksfest findet jedes Jahr von Ende September bis Anfang Oktober in München statt und lockt Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Auf der Theresienwiese können Sie in den Festzelten traditionelle bayerische Spezialitäten wie Händel, Brezen und Maßbier genießen oder sich auf den zahlreichen Fahrgeschäften vergnügen. Das Oktoberfest ist ein Erlebnis für Jung und Alt, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Die Passionsspiele Oberammergau Die Passionsspiele sind ein religiöses Schauspiel, das alle zehn Jahre in dem malerischen Dorf Oberammergau im Landkreis Garmisch-Bartenkirchen aufgeführt wird. Die Aufführung erzählt die Leidensgeschichte Jesu Christi, von seinem Einzug in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung und Auferstehung. Die Besonderheit der Passionsspiele ist, dass alle Mitwirkenden aus dem Dorf stammen und sich einem strengen Gelübde unterwerfen. Die Passionsspiele sind ein beeindruckendes Zeugnis des Glaubens und der Kunstfertigkeit der Oberammergauer. Das Schloss Neuschwanstein Das Schloss Neuschwanstein ist eines der bekanntesten und schönsten Schlösser der Welt, das von König Ludwig II. Im 19. Jahrhundert als romantische Rückzugsort erbaut wurde. Das Schloss liegt auf einem Felsen über dem Dorf Hohenschwängau im Landkreis Ostallgäu und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Alpen. Das Schloss ist im Stil der Neoromanik und des Historismus gestaltet und verfügt über zahlreiche kunstvolle Details wie Wandmalereien, Mosaiken und Kronleuchter. Das Schloss Neuschwanstein ist ein Märchenschloss, das sie in eine andere Welt entführt. Einkaufen in Bayern Einige der bekanntesten Einkaufsstraßen in Bayern sind Die Kaufingerstraße in München Diese Fußgängerzone ist die Haupteinkaufsstraße in der bayerischen Landeshauptstadt und verbindet den Marienplatz mit dem Karlsplatz. Hier finden Sie große Kaufhäuser wie das Kaufhof oder das Karstadt, aber auch viele kleinere Geschäfte und Boutiquen. Die Kaufingerstraße ist besonders zur Weihnachtszeit sehr belebt und geschmückt. Die Maximilianstraße in München Diese Straße ist die Adresse für Luxus und Glamour in München. Hier reihen sich edle Boutiquen von internationalen Designern wie Armani, Chanel, Dior oder Prada aneinander. Auch einige Kunstgalerien und Juweliere sind hier zu finden. Die Maximilianstraße ist nicht nur eine Einkaufsstraße, sondern auch eine Sehenswürdigkeit, denn sie wurde im 19. Jahrhundert im Stil der Neorenaissance erbaut und beeindruckt mit ihren prächtigen Fassaden. Die Königstraße in Nürnberg Diese Straße ist die älteste und längste Einkaufsstraße in Nürnberg und führt vom Hauptbahnhof bis zum Lorenzer Platz. Hier finden Sie eine bunte Mischung aus traditionellen und modernen Geschäften, die alles von Mode über Spielzeug bis hin zu Gewürzen anbieten. Die Königstraße ist auch bekannt für ihre historischen Gebäude wie das Albrecht-Dürer-Haus oder das Nassauer-Haus. Die Residenzstraße in Würzburg Diese Straße ist die zentrale Einkaufsmeile in Würzburg und verläuft parallel zur Residenz, dem ehemaligen Schloss der Würzburger Fürstbischöfe. Hier finden Sie vor allem Modegeschäfte, aber auch Schuhläden, Parfümerien oder Buchhandlungen. Die Residenzstraße ist auch ein beliebter Treffpunkt für junge Leute, die hier gerne flanieren oder in einem der vielen Cafés eine Pause machen. Essen in Bayern Die Bayerische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt und Regionalität. Von deftigen Fleischgerichten über würzige Käsespezialitäten bis hin zu süßen Leckereien bietet Bayern für jeden Geschmack etwas. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige typische Speisen aus verschiedenen Regionen Bayerns vor und geben Ihnen Tipps, wo Sie diese genießen können. Griebenschmalz Dieser herzhafte Brotaufstrich besteht aus Schweineschmalz, das mit Grieben, ausgelassenen Speckstücken, Öpfeln und Zwiebeln verfeinert wird. Griebenschmalz ist eine traditionelle bayerische Spezialität, die vor allem im Winter gerne gegessen wird. Sie können Griebenschmalz in vielen Metzgereien und Bauernläden kaufen oder selbst herstellen. Leberkäse Dieser gebackene Fleischkäse wird aus fein gehacktem Schweine- und Rindfleisch hergestellt und hat seinen Ursprung in München. Leberkäse wird warm oder kalt gegessen, zum Beispiel mit Kartoffelsalat und Spiegelei oder in einer Semmel mit Senf und Gurke. Leberkäse ist ein beliebter Snack für zwischendurch oder eine schnelle Mahlzeit. Weißwurst Die Weißwurst ist eine Münchner Spezialität, die aus Kalbsbrät, Schweinefleisch, Petersilie und Gewürzen besteht. Die Weißwurst wird in heißem Wasser erwärmt, aber nicht gekocht und mit süßem Senf, Brezen und einem Weißbier serviert. Die Weißwurst wird traditionell nur vormittags gegessen, da sie früher schnell verderben konnte. Bärwurz Dieser klare Schnaps wird aus der Wurzel der Bärwurzpflanze destilliert und hat einen würzigen Geschmack. Bärwurz ist eine typische Spirituose aus dem Bayerischen Wald, die nach dem Essen als Digestiv getrunken wird. Bärwurz hat eine heilende Wirkung auf den Magen und soll das Völlegefühl mindern. Prinzregententorte Diese Schokoladentorte ist eine Münchner Delikatesse, die dem Prinzregenten Luitpold gewidmet wurde. Die Torte besteht aus acht Schichten dünnem Biskuitboden und aromatischer Schokoladencreme, die mit einem Schokoladenguss überzogen sind. Die Schichten symbolisieren die acht Regierungsbezirke Bayerns zur Zeit des Prinzregenten. Karpfenblau Dieses Fischgericht ist eine Spezialität aus Franken, die vor allem zu Weihnachten oder Neujahr gegessen wird. Der Karpfen wird im Ganzen in einer Essig-Wasserlösung gekocht, bis er eine bläuliche Farbe annimmt. Der Karpfenblau wird mit Kartoffeln, Meerrettichsoße und Salat serviert. Kräuterschupfnudeln Diese Nudelspezialität stammt aus Schwaben und besteht aus einem Teig aus Kartoffeln, Mehl und Eiern, der zu fingerdicken Rollen geformt und in Salzwasser gekocht wird. Die Schupfnudeln werden dann in Butter gebraten und mit frischen Kräutern bestreut. Kräuterschupfnudeln werden als Beilage oder als Hauptgericht mit Gemüse oder Fleisch gegessen. Bajas Dies sind bayerische Tapas, die aus kleinen Portionen verschiedener regionaler Gerichte bestehen. Bajas sind eine moderne Interpretation der bayerischen Küche, die sich zum Teilen und Probieren eignen. Zum Beispiel können sie Bajas aus Rahmgemüse mit Serviettenknödelscheiben, lampige Steiner mit Bamberger Hörnler oder gebratenem Saiblingsfilet mit Kartoffelsalat bestellen. Bier und Getränke in Bayern Bayern ist nicht nur für seine landschaftliche Schönheit und seine kulturellen Schätze bekannt, sondern auch für seine vielfältige und traditionsreiche Getränkekultur. Ob Bier, Schnaps oder Wein, die Bayern wissen, wie man sich erfrischt und genießt. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Getränke in Bayern vor und geben Ihnen einen Einblick in Ihre Geschichte und Herstellung. Bier, das bayerische Nationalgetränk Bier ist wohl das bekannteste und beliebteste Getränk in Bayern. Es hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die bayerischen Brauer haben sich schon früh an das Reinheitsgebot von 1516 gehalten, das besagt, dass Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hergestellt werden darf. Das Ergebnis sind hochwertige und geschmackvolle Biere, die in verschiedenen Sorten und Stilen gebraut werden. Das typisch bayerische Bier ist das Weißbier oder Weizenbier, das aus Weizenmalz und obergäriger Hefe hergestellt wird. Es ist trüb, hell oder dunkel, fruchtig und spritzig. Es wird gerne zum Frühstück oder zur Brotzeit getrunken. Das Weißbier ist auch das Symbol für den bayerischen Lebensstil und das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr werden dort rund 6 Millionen Liter Weißbier ausgeschenkt. Neben dem Weißbier gibt es noch viele andere Biersorten in Bayern, wie zum Beispiel das Helles, ein helles Lagerbier mit mildem Geschmack, das Pilz, ein hopfenbetontes Lagerbier mit bitterem Abgang, das Dunkle, ein dunkles Lagerbier mit Mahlzeit-Gem-Aroma oder das Merzen, ein bernsteinfarbenes Lagerbier mit vollmundigem Geschmack. Jede Region und jede Brauerei hat ihre eigenen Spezialitäten und Geheimnisse. Brauereien – die Kunst des Bierbrauens Bayern hat die höchste Brauereidichte der Welt. Es gibt über 600 Brauereien im Freistaat, die meisten davon sind kleine Familienbetriebe mit langer Tradition. Viele von ihnen bieten Führungen und Verkostungen an, bei denen man mehr über die Kunst des Bierbrauens erfahren und die verschiedenen Biersorten probieren kann. Einige der bekanntesten Brauereien in Bayern sind die Bayerische Staatsbrauerei Weinstephan in Freising, die älteste noch bestehende Brauerei der Welt, die Erdinger Weißbräu in Erding, die größte Weißbierbrauerei der Welt, die Paulaner Brauerei in München, die berühmt für ihr Starkbier ist, oder die Klosterbrauerei Andechs auf dem Heiligen Berg bei München, die für ihr Klosterbier und ihre barocke Kirche bekannt ist. Schnaps, der bayerische Feuerwasser Neben dem Bier gibt es noch ein anderes Getränk in Bayern, das hochprozentig und aromatisch ist, Schnaps. Schnaps ist ein klarer Brandwein aus Obst oder anderen pflanzlichen Rohstoffen. Er wird meist als Digestiv nach dem Essen oder als Stimmungsmacher bei Festen getrunken. Einer der typisch bayerischen Schnäpse ist der Bärwurz, der aus dem bayerischen Wald stammt. Er wird aus der Wurzel der Bärwurz- oder Mutterwurzpflanze hergestellt, die im Gebirge wächst. Die Wurzel wird zerkleinert und mit Alkohol angesetzt. Nach einer gewissen Reifezeit wird der Ansatz destilliert und auf Trinkstärke gebracht. Der Bärwurz hat einen würzigen Geschmack und einen Alkoholgehalt von mindestens 38%. Andere bekannte bayerische Schnäpse sind der Obstler, ein Brandwein aus Äpfeln und Birnen, der Enzian, ein Brandwein aus der Wurzel der Enzianpflanze oder der Blutwurz, ein Brandwein aus der Wurzel der Blutwurzpflanze. Jede Region und jede Brennerei hat ihre eigenen Rezepte und Spezialitäten. Wein, der bayerische Rebensaft Bayern ist nicht nur ein Bierland, sondern auch ein Weinland. Vor allem in Franken wird seit Jahrhunderten Wein angebaut und gekeltert. Die fränkischen Weine zeichnen sich durch ihre Mineralität und Frische aus. Sie werden meist in den typischen Boxbeuteln abgefüllt, die an einen Ziegenbalk erinnern. Die wichtigsten Rebsorten in Franken sind der Silvaner, ein trockener Weißwein mit Nussalgem-Aroma, der Müller-Turgau, ein fruchtiger Weißwein mit blumigem Duft, oder der Bacchus, ein aromatischer Weißwein mit exotischen Noten. Daneben gibt es noch andere Weiß- und Rotweinsorten, wie zum Beispiel Riesling, Scheurebe, Spätburgunder oder Dominar. Weingüter, die Schätze Frankens Franken hat eine lange Weinbautradition, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Die fränkischen Winzer pflegen ihre Reben mit viel Liebe und Sorgfalt. Sie nutzen die günstigen klimatischen und geologischen Bedingungen, um hochwertige Weine zu erzeugen. Einige der bekanntesten Weingüter in Franken sind das staatliche Hofbräuhaus in Würzburg, das älteste Weingut Deutschlands, das Julius-Spital in Würzburg, das zweitgrößte Weingut Deutschlands und ein soziales Stiftungswerk, das Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg, das drittgrößte Weingut Deutschlands und ebenfalls ein soziales Stiftungswerk, oder das Schloss Kastell in Kastell, das älteste Familienweingut Deutschlands. Fazit Bayern hat viel zu bieten Wie Sie sehen können, hat Bayern eine reiche und vielfältige Getränkekultur. Ob Bier, Schnaps oder Wein, Die Bayern haben für jeden Geschmack und jede Gelegenheit das passende Getränk. Wenn Sie Bayern besuchen, sollten Sie unbedingt einige dieser Getränke probieren und sich von ihrem Geschmack und ihrer Qualität überzeugen. Prost! Nachtleben in Bayern Bayern ist nicht nur bekannt für seine landschaftliche Schönheit, seine Kultur und seine Traditionen, sondern auch für sein vielfältiges und spannendes Nachtleben. Ob in München, Nürnberg, Bamberg oder Obernzell, in Bayern gibt es für jeden Geschmack und jede Stimmung die passende Partylocation. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Bars, Clubs und Diskotheken in Bayern vor. München P1 Das P1 ist eine der legendärsten Diskotheken der Welt und ein Treffpunkt für prominente Models und Nachtschwärmer. Das P1 bietet eine exklusive Atmosphäre, einen großen Außenbereich und eine erstklassige Musikauswahl von Haus über Hip-Hop bis zu Rock. Das P1 ist nicht leicht zu betreten, denn die Türsteher sind sehr streng. Wer aber einmal drin ist, kann bis zum Morgengrauen feiern und tanzen. Nürnberg Mach 1 Das Mach 1 ist einer der angesagtesten Clubs in Nürnberg und lockt regelmäßig DJs von internationalem Rang an. Das Mach 1 verfügt über zwei Floors, eine große Tanzfläche und eine VIP-Lounge. Das Mach 1 ist bekannt für seine elektronische Musik, von Techno über Trasse bis zu Minimal. Das Mach 1 ist ein Muss für alle Fans von elektronischer Musik und Clubkultur. Bamberg Agostea Das Agostea ist eine der größten Diskotheken in Bamberg und bietet für jeden etwas. Das Agostea hat mehrere Bereiche, wie die Main Area mit Charts und Partyhits, die Black Area mit R&B und Hip-Hop, die Rock Area mit Rock und Alternative und die Lounge Area mit Cocktails und Chillout-Musik. Das Agostea hat auch regelmäßig Motto-Partys, wie die Fiesta Latina oder die 90er Party. Obernzell Schlossgarten Der Schlossgarten in Obernzell ist eine besondere Location für alle, die das Nachtleben im Freien genießen wollen. Der Schlossgarten liegt direkt am Ufer der Donau und bietet einen herrlichen Blick auf das Schloss Obernzell. Der Schlossgarten hat eine große Bühne, auf der regelmäßig live Musik gespielt wird, vor allem Reggae und Ska. Der Schlossgarten ist ein idealer Ort für alle, die eine entspannte und fröhliche Atmosphäre suchen. Dies sind nur einige Beispiele für das Nachtleben in Bayern. Es gibt noch viele weitere Bars, Clubs und Diskotheken in Bayern zu entdecken. Egal ob sie lieber tanzen oder chillen, ob sie lieber Haus oder Rock hören, ob sie lieber elegant oder lässig ausgehen wollen, In Bayern finden sie garantiert die passende Party für sich. Nützliche Reisewebseiten zum Thema Bayern Wenn Sie nach Bayern reisen möchten, finden Sie im Internet viele nützliche Webseiten, die Ihnen bei der Planung und Gestaltung Ihres Urlaubs helfen können. Ob Sie sich für Kultur, Natur, Sport oder Genuss interessieren, hier sind einige Webseiten, die Sie sich ansehen sollten. Offizielle Webseite des Bundeslandes ist bayern.de Erlebe Bayern! Dieses Reisemagazin bietet Ihnen Tipps und Ideen für Ihren Genussurlaub zwischen Rhön und Alpen. Sie finden hier Reportagen und Listicles zu verschiedenen Themen wie Traditionen, Wirtshäusern, Familienurlaub, Barfußpfaden und mehr. Außerdem können Sie sich für einen Newsletter zu Ihren speziellen Interessensgebieten anmelden. Urlaub für alle in Bayern Dieses Webportal stellt Ihnen zertifizierte Angebote vor, die auf Barrierefreiheit geprüft wurden. Sie können hier nach Orten und Regionen suchen, die sich dem Thema Barrierefreiheit verschrieben haben, sowie nach Übernachtungs-, Gastronomie, Freizeit- und Mobilitätsangeboten, die für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen geeignet sind. Ideenreiseblock Dieser Blog richtet sich vor allem an Lehrkräfte und Eltern, die ihren Kindern das Bundesland Bayern näher bringen wollen. Sie finden hier Selbstlernhefte, Arbeitsblätter, Spiele und Bastelideen zu verschiedenen Aspekten von Bayern wie dem Wappen, der Hymne, den Regierungsbezirken und dem Extra-Bayern-Wissen. Mit diesen Webseiten können Sie sich optimal auf Ihre Reise nach Bayern vorbereiten und das vielfältige Angebot des Freistaats entdecken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in Bayern. Regionale Reiseführer in Bayern Vom Autor dieses Buches Norbert Rheinband gibt es auch Reiseführer auf Landkreisebene. Zum Beispiel Reiseführer Landkreis Schweinfurt, Reiseführer Landkreis Bamberg, Reiseführer Landkreis Hassberge. Diese finden Sie bei Amazon. Kartenbayern Bayern ist ein Bundesland im Süden Deutschlands, das für seine landschaftliche Vielfalt, kulturelle Traditionen und wirtschaftliche Stärke bekannt ist. Bayern hat eine Fläche von etwa 70.550 Quadratkilometern und ist damit das größte Bundesland Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist München, die auch die drittgrößte Stadt Deutschlands ist. Bayern grenzt an neun andere Bundesländer sowie an Österreich, die Schweiz und Tschechien. Karten sind grafische Darstellungen von geografischen Räumen, die verschiedene Informationen vermitteln können. Karten können zum Beispiel die Lage, die Form, die Größe, die Höhe oder die Nutzung von Gebieten zeigen. Karten können auch historische, politische, kulturelle oder thematische Aspekte eines Raumes darstellen. Karten sind wichtige Hilfsmittel für die Orientierung, die Planung, die Forschung und die Bildung. Karten von Bayern gibt es in vielen verschiedenen Formen und Ausführungen. Je nach Zweck und Zielgruppe können Karten von Bayern unterschiedliche Schwerpunkte und Details aufweisen. Zum Beispiel gibt es Karten von Bayern, die das gesamte Bundesland oder einzelne Regionen zeigen. Es gibt auch Karten von Bayern, die spezielle Themen wie den Tourismus, die Natur, die Geschichte oder die Wirtschaft behandeln. Karten von Bayern können sowohl analog als auch digital erstellt und genutzt werden. Karten von Bayern sind nicht nur nützlich, sondern auch interessant und schön anzusehen. Sie können uns viel über das Land und seine Menschen erzählen. Sie können uns auch inspirieren, Bayern zu entdecken und zu erleben. Karten von Bayern sind daher mehr als nur Abbildungen, sie sind Zeugnisse einer reichen und vielfältigen Kultur. Navigation und Karten auf Ihrem Handy Sie können sich eine Karte kaufen auf Papier oder einfach Ihr Handy nutzen und mit Google Maps, Bing Maps oder ein anderes Navi-Programm. Wenn Sie wandern gehen, kann es sein, dass Sie kein Internet mehr haben und in einem Funkloch sind. Für diesen Fall laden Sie bitte die Karten für den Offline-Modus herunter. Dann können Sie auch offline mit GPS navigieren in Bayern. Schlusswort Ich hoffe, dieses Buch war für Dich nützlich. Weitere Bücher von mir findest Du bei Amazon. Besuche auch die Webseite von HasenChat Audiobooks unter hasenchat.net. Dort findest Du kostenlose Inhalte in Englisch und Deutsch. oder in Englisch? Dann können Sie einen Lust aufhören. Ich kann mich frei. ... ... ...